hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge league of legends ich bin immer wieder euer seferaton und schon lange habe ich diesen ladebildschirm hier in der aufnahme vermisst free to play etz ich sag's jetzt nicht noch mal bei uns im team haben wir muse ohne alias seferaton hallo poppy als deadkiss alias kai alias der typ der von garen gekantet wird hurray als fänden also geschehen gespielt von den 1 77 alias mag alle erste championin thomas hast und deswegen habe ich ihn genommen und what the fall ist eric ich habe ich hasse den champ nicht ich hasse nur dass du ihn spielst weil ich bin ganz meiner meinung aber ist ja nur meine meinung außerdem haben wir es wir als hafiken 16 alle und sei als dark dem urgo dem joker wie auch immer man es aussprechen möchte im gegner-team an mir eine aufnahmeversorgung werden mal ja es sind edel nino sind war er als toto bumbum mit kreng alias färg er färgberg auert spielt erregt und ist auch heute spielt kommen klar klar ich hoffe es wird es nicht gut mit schandelt er regt mit lange stellen ja nix das ist jetzt mehr was er bringt wieso ist ein Konter oder was ich sag nichts dazu John Terry gesetzt nicht gerade das was man als in der Schicht betrachtet und betrachtet wie es sich als leckert also aber er hat ein Mensch es ist dann aber er hat er erinnert sein wer schon mal einfacher zu treffen ist als selbstständig das kennt es dann das ist einfach nur das ist nur eine fest ja aber nur noch einmal bis zum nächsten das hast du auch so gesagt kaya habe ich gar nicht reden oder stark du wirst mal rix hatten längst zusammen im Grunde und Schäden sei egal ich kämt diesen treibarsch zu die Kirchen ist der Grubi da ein Arsch dahin Bupi Bupi das ging nach ganz viel Pup und der Flügel Pupi Owey gerade einmal jetzt am Pup-Ombattler in ich erzähle sich von irgendwelchen ein Geld werden die Schmungen aber ich will sehen falls der mein Blum aufs Bild der scheiß Blitzy Terrick Terrick Blitzy nicht Blitzy durch die Wand pullen und stuff Terrick möchte aber und Blitzy pullt ihn nur ja aber im Affekt will ihn dann immer noch den Blitzy als erstes ja aber trotzdem möchte er letztendlich der ach ist doch scheißegal ganz ehrlich it's Bupi egal ja it's Bupi egal genau so I'll just go on my wenn er ist jetzt bottom pullt nicht gleich ran probably got me just got me ist noch kompletter ne den kriegt er nicht mehr so mach ich den ich hätte ihn nicht auch nicht vor angreifen sollen nö da ist schon der Blitzy gut hier ist am free damage und das Minion und da ist gewordet bei 32 35 35 30 ist der ort ausgelaufen ich würde es ja jetzt ein chat schreien und dann kann ich da ein early gang schon mal vergessen mitte hat sire als volle dann mach ich mich level 3 ich wurde doch gecountert und das so aufgepasst das aber alleine ja aber den Blu hat sind ja wohl nicht die ganze Zeit da stehen bleiben während des ganzen Spiels bist du sicher dass sie den Blu nicht gemacht haben haben sie nicht okay wow you just failed Minions wenn ihr mich so if you would be so kind to let me through I would make some free damage on the kockmau oh wow der kockmau hat 48 der letzte kockmau hatte doch mal 38 jetzt hat man red buff den blu genommen real real und du hast ihn jetzt nicht gekickt oder was nein ich wollte ihn der sire geben ach so red buff was von war denn wie er wird weg wie sitzt der hinter ist der goelo ich hab sie jetzt ich bin ich denke ich habe nur alle zwei drei minuten das ist der erste schadte vorgabe hat das wie kann es das eine lüge sein was existiert ganz ehrlich ist aber trotzdem keine lüge ist nur eine lüge für mich ist es keine lüge wenn du als belohnung versprochen kriegst und keinen kuchen kriegst dann ist der kuchen lüge ja wenn er nicht existiert ist eine lüge existiert aber wenn er existiert existiert nicht dass du ihn nimmst ja schön genau stell dich vor mich dass ich ihn in den tor buchsen kann ich bin hier dann kennt man ja ich komme ja alles nur packt hat oder jetzt esse geh mal drauf okay war das ich noch mal ich bin mal weg kannst du reich habe ich aber nicht unter dem tausend das ist ein bisschen ganz gut halten der klamotten als erzter reist er noch so um die 0 2 ich musste den erst mal noch konnte dauernd im wixer allloh so schnell mit dem wort egal ganz ruhig die Kirche gut weg uns gepusht und die Füße die Schilder der Welt ist an Phoenix aber der Vermeidung was zu wissen und get gilt bei Tarek Don't you get gilt bei der Staukrieg entdeckt erbaut werden so und eben think about getting killed by the Tarek auch aus der dritte waren nun und nicht an der zählte an ich weiß nicht für die Zeit Garen für die kann konnte man kommt aber auch eine komplette will die die in der noch gar nicht der erste mal ein Problem aber es ist so weit ganz gut das heißt unsere einzige Sorgen Kind ist jetzt top ausnahmsweise mal wasser ausnahmsweise die oft habe ich erst mal eine poppyspäze ich meine irgendwie so ein schenfeld spiel fällig ich meine jetzt nicht gegen ich habe jede lane bis jetzt gewonnen mädchen jeder die top da hast du gesagt auch wenn du besser geworden bist dass du das hast du selber zugelassen das ist das wenn du hier tank spielst du bist am anfang immer kackt einfach weil du keine resistent ist was hast du selber zugegeben dass du gesagt hast wovon wann redest du bitte ja von das war da habe ich da habe ich durch pech des first block gegeben wegen dem scheiß crit das war alles habe ich mir gesagt danach habe ich ein glatt gemacht ja ja ich habe den ort fahrt der erste der gefallen ist nein weil nicht das ist einfach so gesagt ist warum fokussiert eigentlich es die die am weitesten abikas mag logic das war dodge das war dodge oh no und findra tschüssi okay kein nix also die haben ein wort in diesem gras was soll das denn mit dem wort was soll das denn das ist auch hier in ss wurden jetzt gehen auf gute leise ich weiß nicht welche mut sich mehr holen soll die haben verfickt vieles tanzen sowas die haben verfickt vieles los da und verholt sie braucht schreit wo annehmen keine ors oder so an wenn dann nur ein kult dann kannst du so ein ganz dezent ist ja ab dem moment wurde mir beim schreien aus don't even okay der es spielt ein bisschen zu aggassiv die er so nah herum schaukelt weil fucking keine weil packen alter es nicht es sind blitzen bis so fucking berechnen war Juhu, Gaknu, f*** dich, f*** dich. Ja, nachdem es eine Unheilung ist, ist es eine Südzeit, die ich ausgebraucht habe. Ne, das war irgendwie ganz komisch. Ne, kein Power-Sight. Was? Was war? Ich carry das mal wieder her. War doch alles voll cool. Komm, wir machen Drago. Ja, zur Zeit mit dem Leid. Oh. Egal. Durch die Wand zu gehen, ist immer eine gute Idee. Ja. Und Shen kauft sich Kloff-Warmor, weil ich mache ja auch so viel echter Shen. Garen, f***t euch, ihr habt beide manerlose Bastarde. Hahaha. Ich habe auch gehofft, dass ich den Tower tanken würde. Ja, das habe ich mir im Moment auch gedacht. Obo. Passte ja alles. Und du hast ja auch den Tower getankt, aber dann habe ich gedacht, also beziehungsweise gehofft, dass ich den tanken würde, aber da kam dann irgendwie kein Tower, sondern Siren Truppel. Aber sie kriegt Dinkel. Und jetzt die sind sinnlos, dass sie jetzt eh nicht helfen können. Weil Ulti habe ich erst wieder in 100 Sekunden ab. Hallo, Tarek. Und hier habe ich fast sowas wie Angst. Ach nee, warte. Was ist mit? Oh Gott, der ist schwul. Hab Mitleid mit ihm. Nee, er ist kacke. Klang das Kampenvertreter einer katholischen Kirche? Ja, das tat es. Er ist wirklich toll, er hat ein Wurzeiter, der hat ein 70er-Farm. So, stimmt. Oh, ich Minion. Ja, die haben da übrigens sogar ein Kampen. Oh, cool. Ganz ehrlich. Not giving a fuck, Sting. Not at all giving a fuck. Oh fuck, ich hatte nur zwei Wards, ich hatte keine drei dieses Mal. Verdammt, ist meine Logik nicht aufgegangen, wenn ich noch ein Wort für den drei habe. Oh, er weiß, habe ich genau deswegen immer drei Wards. Hey, Tarek. Ups, da ist noch was. Da ist noch was, da ist noch was. Dann renne in die andere Richtung. Nice, KC. Ich bin für mich in die richtige Richtung bewandt. Killing Spray. Den Steckernit wollte ich vorher draufhauen. Wenn wir schon mal alle hier sind. Dann macht sie mal den, macht nicht viel. Dann machen wir mal den Blut. Gute Idee, dann. Garen benutzt seine Ultime zu früh. Nicht sogar nahe, Baby. Nicht sogar nahe. Nicht? Ja. Da bleibe ich jetzt nur ein Stückchen in der Lane. Dann interessiert mich dann irgendwann. Dupti, dupti, du und zisch. Oh fuck. Drei in to go for top lane. Er poppig, Dexamil. Emi, bitch. Dexam, speed up. Ich mach noch auf einen Surprise, elixier. But yes. So fuck him up, really manche. Indie. Doring. Doring. Der ist so unglaublich gefährlich, Dejama Tarek. Ja. Das ist geil, wie er da so erregt. Nur um sie kann er da so im Gras steht. Und nix tut. Hier, take these. Oh. Take these shit and keep it. Oh, das stimmt auch. Achtung gerade gar nicht, ist es zu schreiben. Der ist ja auch da. So, I go boarding right now. Because I can. Because I can. Wenn sowieso dieses Küsse. Ja, du bist wunderschön. Wunderschön. Das ist schön. Wunderschön. Das ist schön. Wenn ich sage, das ist schön, dann ist es das. War ich jetzt schon bereit, den Esse zu ultimen, weil ich den Pull schon gelandet sah eigentlich? Ja, ich auch. Aber der Pull die ganze Zeit schon, so was er eigentlich landet und trotzdem fliegen wird. Tja, Syndra hast halt keinen Jungler, der den Blue Bob machen kann. Mensch. Nein. Sind wir überhaupt nicht, oder was ist denn? Der Maffei. Das ist schon. Ich denke, es ist okay, es ist okay. Ja. Es ist okay, es ist okay. Oh, ich hatte da, bitte. Und ich krieg doch noch ein Last. Dann, dann, da, ordentlich. Ah, alles umsonst, alles umsonst, alles umsonst, alles umsonst. Ganz, completely not perfect. Ich glaube, ich fühle mich wirklich so aus. Ich dachte mir, ich lasse ich da mal heroisch sterben. Ja, ja, weil du mich ja nicht magst, weil ich deinen Charakter nicht mag, wenn du ihn spielst. Weil du ein Essloch bist, der kein Team zuerst aufhaut hat. Wie hast du das? Du ein bisschen. Ja. Ach so, ich hab währenddessen mit meinem Sci-Fi die Wades gemacht. Ja. Mach du mal, ne? Meine Ulti ist useless. Ich sag ja, es ist ein Essloch. Wenn die Ultima gebraucht wird, dann macht er die nicht. Für dich nicht. Essloch. Fucking Essloch. Ascheloch. Ne, das ist der Aschepächer. Da kommt eine Ess-Ulti durch. Mio. Oh. Es war auch noch verdammt knapp. Ja, Blitz, weil der Ess-Ulti, das muss man schon mal sagen. Deine Puls auch trifft, Blitzy. Ich wollte mal deinen Driver-Spock. Der Lapp. Und geh dich mal ein bisschen hoch. Hätte man einen Tower. Die Welt gekriegt. Die Welt gefahren. XP und SS. We all got this. We all got this. We all got this. Die Dauer angeblich zu sagen. Ja, von dem Geld würde ich weg, die man nicht mehr. Weil der macht damage. Ich mach auch. Nee, die wir machen. Kommt ja noch sehr. Ich gebe. Ich mach noch damage. Hey guys. das ist das einzige was du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst auch voll wie war es nicht hier ja mal nicht hier ja ich kann die items nicht und das interessiert mich auch nicht da könnte mich gerne für aufziehen das ist mir scheißegal eine unnobische weltanschauung als ich ja sowieso wenn er mich aufzieht weil ich einen item namen nicht kenne ja das bin mal hier er ist wenn er entnäht aufgrund weil was sich da buch den anzupassen das stelle ich mich jetzt mit meinem sand von erledigen lassen ob die geschehen er hat immer vorstellt wenn er das so weit er ist anfeiert er macht mal was cooles ja das ist was er braucht mit komm mal her guck mal hier du musst mir keinen der mit sich umständen oder ein ständiger oder sind alle auf wärme denken sich die mit uns gerade sind drei oder vier top und jetzt auch zwei hier hallo hallo mich lieb ich bin boopi ok wir können hier weg ich habe gerissen wenn wir nicht bei fucking spin to win in der barsch blitzy tries to grab my beautiful ass fuck you ja take these it's dangerous to go along weg wird damit ja ja nicht ja auch schön schön machst du das wir haben heute dort vor Ort wir haben auch gleich doch in der arbeit oder hat es hier jetzt am arbeitsamt mann erheber diese ganzen ausländer die auch noch Geld vom Staat wollen der Wahnsinn immer diese Sprache doch ja nicht in meinen doch mal einer von euch nicht in meinem Land wird sammeln von drago wer hat der präsent arbeit arbeit ich habe mein zweites so ich habe schon wieder fünf kills boah warum nur ich wollte doch keine kills während dieses matches war das auf der jetzt voll scheiße ja dies ein bisschen tot da würde ich mich auch nicht wirklich ein ja ihr kriegt nicht mal das ich gebe dir nie wieder Arbeit nötig hier nicht haben die weggeklaut ja klar die sind halt total scheiße also es ist nicht scheiße aber sagt ich habe halt ganz weit gehabt soll ich da machen das sind vielleicht auch nicht aufgehen bisschen schenken weil ihr da zu zweit war doch ein er hat er liegt dein Schaden ne das war halt nur ein Tarek er kein Schaden hat ja und blitziert und den Schaden gemacht so eine Ulti er wird aber ich sehe aber ich glaube den kannst du haben wenn mein Sunfire ihn nicht kriegt nur ich sag schon dafür mit Kuh und Schärtern ja die Versuchen hat Top-Brain irgendwas ging nicht wie soll das funktionieren ich bin Pupi Eve fuck you ich bin Pupi fuck you habe ich gesagt geh weg mit deinem Sunfire geh weg geh weg sag mal ich sag mal basic attacks mach dein Sunfire auf er ist auch so eine der Arme und Stecks du solltest unbedingt die Leute loswerden ne oh kein Blut für mich schade ich hab mal zu viel Teleport benutzt jetzt wäre eine Wünsche warum es hätte auch schnell also es hätte böse enden können als meins sag mal so ich wollte halt nur hier runter kommen wie viel ohne mich in der Weg zu fahren hierfür mögliche es ist abholen man nimmt man ein Telefon du mal rein da warum sollte man da rein hallo da heißt der wand oh ja er denn zeigern bei niederfahren lol dieser damage so mein du komm mal her komm mal her komm mal her komm mal her du spennst da hinten oh lol ja nitsi weil mich der Turfit interessiert und stuff die alle interessieren mich dann vielleicht doch der ist komplette Gegner zu ihm das denke ich natürlich mal ebenso ja klar das sollten Tanks tun also ich hab doch nix trotzdem sollten das gute Tanks tun doch ja bitte schön trennen die Lauf nein es kriegt niemand mein Liegen ja die hat den Blue jetzt ja ich wusste nicht dass man eine Tower eintötet dass der Blue dann auch weiter vererbt wird mhm so wird immer dann weiß ich jetzt wenigstens für zukünftige Generation das war jetzt keine stupid was hätte ich da machen sollen drei Klitten an meinem Arsch ja ne von uns allen was freizelektiert just das surprise and Lexi bringt dir aber auch nix mehr hin sei tot hey John and Terry got a kill jetzt hat er die umgeregten Steps von mir dass ich sterbe ja ne sie haben ja das Interesse an dir verloren du weil ich Pupi bin ja du stinkst mhm er passt doch Gamer und so welche Gamer stinkt nicht ich ich weil ich mich duschen und waschen du bist ja Gamer ihr seid keine richtigen Gamer tue hmm Peep does it all with style mhm mit Poops mhm so fleiß leidel du ist meldet es ist poopy no not them sorry man weiß es nicht mehr es ist nicht weiß ne Damen und ihn Komschein Feier machen wir was cooles ja Hade Reizern die Knochen Muskel nähen Knochen wollen die Nieder und sie gab es ja auch irgendwie ein Item das ein Wort Interessante Regenstor ich hab voll ein Wort Interessante der Kurs auf der Reise Support Naja ich war ja nur weil ich mich gerade interessiert, was das für ein Jörg war. Hallo Garen, mach mal was. Slow and steady killing the wolves. Okay, mehr doing that tower. Bye, bye. Wenn du in meine Richtung kommst, dann ült dich mal einmal rein. Hallo. Loll, you fail. Da, geh mal zu den Pflanzen. Anyone for the tank? Oh, komm. Any good. Also im Kessel kann ich die Küls dann auch nicht mehr aufsetzen. Da hab ich dann auch ganz gut mitgehalten. Sona, Ulz in Shantorn, die bewegen sich zwei Minuten nicht. Das stimmt. Da haben wir wirklich beide alle erwischt. Das war geil. Ich hab den Kogi die Saira-Pflanzen reingepopst. Victory. 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 Jetzt kommt erstmal wieder die schöne Musik. Die euroz in der einenienten Mann. Wie hier die Spiele sind? Okay, genau. Yeah, Gy ôn. 7 7 als Schäden der doch gut war und welches sie verraten ja bei der Sona der keine Arbeit hatte aber der letzte Torn immerhin hast du ein Tor zum Spiel getroffen das war ja wichtige Torn wir haben genau der eine natürlich ja der eine alle sämtliche andere Torns sich gesehen habe haben nicht ja Prozent wir sind es dann beim nächsten Mal auch gerne bei anderen Projekten nicht dass sie gefallen hat und tschüss schön von ihm so geklaut mein Gott stimmt doch gar nicht keine Ahnung hast du einfach angewöhnt das immer so zu sagen bis denn normal jetzt dass solange ich kein hallo 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 ich habe immerhin ein hallo ausgedacht ja noch eine Mutter hier mit letztlich ist ein Wurstbrot vergessen das müsste eigentlich mal kommen wenn auf einmal so eine Durchsage kommt hallo 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 deine Mutter hier mit du hast dein Wurstbrot vergessen genau das wäre einfach dazu ja okay roger over muri ja okay ja Vielen Dank.